Ja, also die Rüstung selber, die ist schon Attack 20 und Fall Damage wird auch reduziert und natürlich höhere grundsätzlicher Schutz und die erhöht nur die maximale Lebensdingens. Das bringt mir nicht besonders viel und das hat auch einen doppelt so hohen Radius an Licht und ist dreimal so helles Licht. Es braucht natürlich Energie, aber das könnte ich benutzen. Ja, und ich denke, das werde ich auch benutzen. Sobald ich genug Zeug habe, was fehlt mir denn noch für mehr, mehr Dingens, mehr Kevlar? Naja, Schwefelsäure dürfte ich noch einige machen können, oder? Beziehungsweise, wenn würde vor allem Wasser fehlen und das... Okay, also 15 Kevlar, so würden ja wohl reichen. Also, ich mache mal 10 oder versuche 10 zu... Tatsache, 10 haben... Für 10 hat es gereicht. Dann müsste doch... Dann mache ich den aber auch als erstes. Und danach können wir den anderen Kradaradatsch erforschen. Ja, das ist, denke ich, vernünftig. Und... Das dauert jetzt wirklich nicht eine ganze Weile, bis das erforscht ist, das... Seht ihr, die meisten Sachen da dauern jetzt ewig. Mittlerweile. Zum Forschen. Dennoch werde ich hier nochmal... So erstmal dazu machen und... Einfach mal so, soll halt... Ich meine, es stört ja nicht, wenn ich da... Nein. Mittlerweile geht es ja... Hier auch nicht mehr, ne? Oder habe ich die Tür noch hier... Die Tür habe ich zwar noch hier drin, aber... Richtig gut rauskommt man hier nicht mehr, ne? Naja. Gut. Nee, nicht wirklich. Oh. Falsche Taste. Und dann sollte ich das vielleicht mal... Moment, wo habe ich denn meine Pfeile? Ich bin ganz sicher, dass ich mehr Pfeile hatte. Naja. Ganz sicher ist so... Bisschen übertrieben. Ich war der Meinung, dass ich mehr Pfeile hatte. Ich war der Meinung. Wenn das natürlich nicht so ist, werde ich davon auch nochmal welche herstellen. Und das wäre dann unter Ammo und... Soll ich mal ein paar Metal Arrows? Die sind nicht viel besser, oder? Die haben 33 Schaden und die normalen auch 33. Die fliegen nur schneller. Na ja, ich mach einfach mal... Na. Ach. Ich versuche einfach mal so viel zu machen. Und ich werde sehen, ob es hinkommt. Es kommt hin. So. Oh. Na jetzt hat er es doch schon fertig erforscht, das Gewehr. Ähm. Dann können wir mal gucken, was brauchen wir jetzt dafür noch. Ähm. Ja, da fehlt uns jetzt einiges für. Aber das Platinschwert wäre eine gute Sache, oder? Können wir einen Stahlbachen uns leisten? Bestimmt. Ich hoffe es mal. Ähm. 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 Weil ich ja genügend habe, oder? Oder ist das mittlerweile schon wieder aufgebraucht? Ne. Da habe ich ja noch ein bisschen was übrig. Dann kann ich das hier auch herstellen. Gut. Das wird aber auch eine Weile dauern. Und wir werden darauf nicht warten. Was wir noch machen werden... Ähm. Ist hier mal ein bisschen... Ist hier mal ein bisschen... Ist hier mal ein bisschen... Nein, nicht los. Dix. Sondern... Okay. Iron ist aufgebraucht, offenbar. Na ja, unter den Umständen dann würde ich sagen, dass wir uns aufmachen würden, oder? So ziemlich. Wir lassen das noch hier stehen. Wir wollen ja nicht im übervollen Invent... Inventar aufreisen gehen. Aber... Dafür hat es jetzt auch gereicht. Dass wir uns da... Ich zöge es der Hund hinaus, ne? Äh. Da muss ich mich echt fragen. Wow, den kann ich jetzt auch gleich herstellen. Okay. Jetzt habe ich aber hier ein schönes Platinschwert, also... Da will ich sehen, was mich jetzt... Nein, ich will nicht sehen, was mich jetzt aufhalten kann, bitte. Du kannst es jedenfalls nicht, mein Freund. Tut mir leid. Na. Meine eigenen Konstruktionen können es, weil das noch ein bisschen verbuggt ist. Das... Das wäre eine Möglichkeit, ne? Das wäre eine Möglichkeit. Bin ich halt außenrum. Oh. Hier haben wir nochmal... Ein Crate. Ich weiß jetzt nicht genau, was drin war, aber... Auf jeden Fall haben wir wirklich Search Points. Und ich glaube, wir haben jetzt noch was erforscht. Ich glaube, das war das Geräusch, was wir gerade gehört haben. Hm. Ich habe noch nie gesehen, dass so eine Pflanze, die vorher noch kein Gas produziert hat, angefangen hat, Gas zu produzieren. Muss ich ja mal sagen. Es soll eigentlich nichts Besonderes sein, dass das passiert, aber... Ich habe es noch nicht gesehen. Das muss ich ja mal sagen. Ich habe es persönlich noch nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt am besten hinlaufe. Ich weiß nur, dass ich hier... auf dem richtigen Weg nach unten bin. Naja. Um von oben, von unten zu unterscheiden, braucht man auch nicht unbedingt einen Doktortitel. Glaub ich. Naja. Kommt drauf an. Wie man sieht. Kommt drauf an, wie man sieht, ne? Und unter welchen Umständen man es unterscheiden soll. Das ist natürlich alles klar. Da rechts geht's ganz gut lang. Na, ich werde den hier erstmal erledigen, ne? Oh, das... Der hält sogar ein bisschen was aus. Nicht genug, aber er hält was aus. Da... Ne, da bin ich sogar weitergelaufen hier. Was haben wir hier für ein Material? Ja, nicht den Stein. Nein, das hier. Kupfer. Ich brauche keinen Kupfer. Glaub ich. Naja. Ich behaupte keins zu brauchen, aber... Hm. Okay. Was ich auf jeden Fall durchaus brauche, ist diese Kohle hier. Denn... Also ich hab zwar noch einiges zu Hause, aber ich brauche auch momentan. Ich merke schon, dass ich immer mehr davon brauche. Das kann man nicht verleugnen. Durch die ganze... Durch das ganze Quafte von... Hier, äh... Pfff... Diesen Kohlen... Äh... Diese... Na, von Kohlenstoff und... So weiter... Da... Da... Braucht man schon ein bisschen... Äh... Kohle für. Das heißt, er würde den Kohlenstoff aus Wasser sich Pflanzenmaterialien gewinnen. Wäre auch interessant, aus Holz, äh... Kohlenstoff zu gewinnen, aber... Das passiert hier nicht, also... Ist das irrelevant, diese Idee. Ist... Einfach irrelevant. Irrelevant. Oder sie ist irrelevant, ich weiß es nicht. Das verwechsel ich hier mal. Das verwechsel ich hier mal. Na, da... Da ist doch was, oder? Ja, da... Ne, das ist dieses andere Gestein, oder? Was im Grunde genau dasselbe ist, nur anders aussieht, oder? Ja. Ich weiß immer noch nicht ganz, was die... Achso, Cave Rock ist das. Achso. Ja, aber letztendlich bringt er mir trotzdem eine Stone. Er warnt mich nur vor einer Höhle, oder was? Interessant. Hm. Interessant, wirklich. Na ja, die Höhle war ja jetzt nicht besonders... Besonderes, ne? Genau zusammen, ich glaube, genau diese Höhle habe ich... Genau dieselbe Höhle habe ich schon mal gesehen. What the... What the... What the... What the... What the... Wenn ich so stehe, wird das ganze Erdreich mit ausgeleuchtet und sonst nicht. Naja, also... Wenn ich... Keine Ahnung, wie ich stehe. Fand ich aber interessant hier jetzt. Ich glaube, das war sogar noch extremer, als wenn ich hier so eine Rückwand rausnehme. Na ja, holen wir uns noch mal ein bisschen Kupfer und dann sehen wir mal weiter. Dann sehen wir mal weiter. Eigentlich habe ich ja eher mal... Auf Eisen wollte ich ja eigentlich hinaus, oder? Wo haben wir denn... Was haben wir denn da? Ob das sieht... Wie weit oben sind wir denn noch? Ist hier nirgends mal Eisen? Immer nur Kupfer, Kupfer, Kupfer. Oder habe ich einfach nur Eisen schon so gut ausgeräumt? Das... Naja, kann ja nicht sein. Weil ich hier in der näheren Umgebung ja noch gar nicht war. Aber trotzdem... Irgendwas wie... Ich weiß eigentlich schon, wo das ganze Eisen ist. So, hier haben wir noch irgendwas, ne? Naja, da ungefähr... Da. Da ist Eisen. Ja. Wo ist das ganze Eisen bloß? Ich kann's mir nicht erklären. Beziehungsweise... Ich kann's mir nicht erklären. Ist ne... Ist ne blöde Antwort auf, wo ist es, ne? Wie was mit da ist, ist... Genau unter meiner Nase. Das zu erklären hat ja... Ist ja... Hat ja niemals... Direkt mit ner Ortsangabe... Ist ja niemals ne Ortsangabe. Es kann eine Ortsangabe enthalten, sicher. Sicher... 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 Aber... Ich hab jetzt garantiert schon wieder einiges an Eisen... Ähm... Naja... Einiges. Ich hab zumindest... Genug, um ein bisschen was mit anzufangen. Vielleicht nicht... Genug, um... Damit ordentlich voranzukommen. Ach übrigens... Hier sieht man in der Forschung aus. Da könnten wir doch bestimmt noch mal... Was will ich machen, oder? Irgendwas? Hm? Was meint er? Irgendwas erforschen? Hm... Sieht nicht so aus. Oh. Hm. Ich seh schon. Flutlicht. Hm. Tag Lantern. Mhm. Oh. Hier unten war ich schon mal. Ich bin nur woanders rum reingekommen. Ich glaube... Ich bin oben einfach mal, wo falsch abgebogen war. Das erklärt auch... Würde auch erklären, warum ich... Nicht so viel gutes Zeug finde. Weil ich sonst zu weit oben bin. Und irgendwo relativ weit oben schon angefangen hab zu buddeln. Neues Ding zu buddeln hier. Neue... Neue... Das kommt mir hier ein bisschen gefährlich vor. Okay. Das ist in jedem Fall gefährlich hier. So. Jetzt muss ich irgendwie sehen, dass ich hier reinkomme, ohne mir das Genick zu brechen. Ähm... Aber ich will auch gleichzeitig nicht gerade... ...wieder hier... Ich will keinen Rückweg mir hier schaffen. Zurück geht's nämlich hier. Irgendwo. Na rechts irgendwo. Ich weiß noch nicht genau, wie. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Wieso greift mich da so ein Vieh an? Das letzte Mal, dass mich so ein Vieh angegriffen hat... ...war das... ...bei so einen komischen Baum. Und den sehe ich hier nicht. Oh! 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 Wow! Ich weiß, wo ich bin. Da bin ich ja noch gar nicht mal so weit unten, oder? Oh! Ja, ja! Ich glaube, das heißt, ich bin noch gar nicht mal so weit unten. Äh, ich werde dann hier den Aufgang aber trotzdem machen, dass ich hier zurück kann. Äh, wie bin ich denn hier weitergegangen... ...hier lang. Ja, ich hab hier... Wahrscheinlich hab ich's hier vorher mit... ...konventionellen Fackeln ausgeleuchtet. Bisher... ...was natürlich wieder... ...probleme mit sich bringt. Ist das Dingens... ...thea? Nee. Ja, wenn ich's mit... ...konventionellen Fackeln ausgeleuchtet hatte hier... ...wundert's mich nicht, wenn ich den Weg jetzt nicht finde, ne? Sollte, denke ich, niemanden wundern. Eben, ja, sieht man's auch noch. Hier brennen sie grad noch. Hier brennen sie noch. Dann war das der tiefste Punkt, an den ich gekommen bin? Ich weiß es nicht. Das ist der tiefste Punkt, auf dem ich hier auf diesen Weg gekommen bin. Schätze ich mal. Auf jeden Fall haben wir hier nochmal Eisen. Was sehr schön ist. So. Da haben wir nochmal Sand. Das ist natürlich fast genauso schön, ne? Ähm... Haben wir hier Cave Walk, weil da unten gleich noch eine? Ja, da unten ist gleich noch eine. Und... ...die sieht fast so aus, als wäre ich da schon mal... ...als... ...wie eine, wo ich schon mal gewesen bin. Ähm... Ich habe hier auch keine Karte oder so. Ich habe hier auch keine Karte oder so. Was weiß ich schon. Wo ich schon mal war und wo nicht. Das ist... Aber ich... Sie sieht aus wie eine, wo ich schon mal war. Und es sieht aus, als wäre ich da gleich nochmal. Moment, ich mache hier nochmal... Riech den Hintergrund auf. Hm... Ich weiß gar nicht. Was ist denn da? Da ist Cave Walk. Okay. Okay. Hm... Ich weiß nicht, wie weit er sich nach unten zieht bisher. Ah, schon noch. Naja, ausreichend. Um jetzt nicht gleich runter zu stürzen. Was ich machen sollte... Unbedingt machen sollte... Ist hier nochmal Bodenplattforms bauen. Und zwar 250. Oh, ich habe davon keine Dinger mehr. Äh... Ich kann auch hier bestimmt Wood machen, ne? Ja, 300 Wood. Gut. Und dann kann ich mir hier 200... Nein, unter Building. Hm... 270 wurden Plattforms machen. Das sollte erstmal ein bisschen reichen. Für den Moment zumindest. Ist... Naja, das ist jetzt Titan wieder. Also... Jetzt weiß ich, dass ich relativ tief bin. Sonst hätte ich hier keinen Titan. Also... Ja... Ja... Ich denke... Das ist die Höhle, wo ich schon mal drin war. Von woanders woher, oder? Oder? Nee. Nee, 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 nee. Aber die Pflanzen da unten habe ich zumindest schon mal gesehen. Wenn das was... Wenn das Punkte gibt... Ich glaube, ich werde hier... Ab hier... Mal wieder... Normale Fackeln anbringen, denn... Wenn ich jetzt hier weiter... Von woanders komme... Naja, man wird ja sehen... Wo es hier... Lang gehen muss. Weil es keine andere... Möglichkeit geben kann, logischerweise. Äh... Wo haben wir denn hier mal Dreck? Da würde ich mir nämlich mal gern hier ein bisschen... Einen Übergang bauen. So ein bisschen. Okay. Das ist doch in Ordnung. Zumindest für den Anfang. Ja, ich weiß was, dass du da auch schon wieder auf mich wartest. Okay. Oder ich habe es zumindest geahnt. Yellow Crystal. Yellow Crystal. Die hatte ich noch nicht, oder? Yellow Crystal. Die hatte ich noch nicht, oder? Nochmal ein bisschen Titan. Naja. Also... Ich glaube... Was ich jetzt tun werde, ist nochmal zurückgehen. Ja. Definitiv nochmal zurückgehen. Na. Komm ich da nicht hoch. Moment. Ich hau das Ding nochmal weg. Zack. 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 Hoch da. Hoch da. Und... Weiter hoch da. Weiter... Weiter hoch da. Weiter... Wir haben jetzt einiges an Eisenerz auch gefunden, unter anderem. Und das ist sehr schön. Moment. Äh. Äh. Vergesst es. Das Vieh... Da habe... Will ich jetzt mich... Äh... Das Vieh... Ist jetzt gerade ein bisschen nervig. So. Und mit dem Eisenerz können wir nochmal schön neue Leuchtfackeln bauen. Also... Das ist natürlich absolut... In Ordnung. Damit kommen wir schon weiter voran. Komm. Komm. Hoch da. Ja. Der Rückweg ist ein bisschen mühselig, ne? Mittlerweile. Mittlerweile ist der Rückweg anscheinend schon... Ist der Rückweg schon ein bisschen mühselig. Aber so ist das eben. So ist das eben. So ist das eben. Hier. Also... Ich glaube... Es ist gar nicht mehr so weit. Naja, relativ. Tief. Moment. Es ist gar nicht mehr so weit, meiner Meinung nach. Oder... Nein, meiner Meinung nach nicht so... Sondern... Nein, es ist nicht mehr so weit. Punkt. Punkt. Was dauert natürlich trotzdem nochmal... Einige lange... Sekunden... Um... Diese... Schluchten zu überwinden. Und ich muss überlegen, ob ich da vielleicht mal schneide bei solchen Wegen. Das sollte ich mir wirklich überlegen. Mittlerweile wird da ja nichts mehr schief gehen. Beziehungsweise wenn was schief geht, kann ich es ja lassen mit dem... Also kann ich da ja wieder reinschneiden oder... Es mit dem schneiden lassen oder... Irgendwas. Aber... Solche Wege, das ist nicht gerade spannend. Moment. So oder so. Äh... Wir haben aber jetzt das Ding jetzt ja erforscht, ne? Den hatten wir noch nicht gebaut, oder? Nicht, dass ich den jetzt... Doch, hatten wir. Was wir noch nicht gebaut hatten... War... Das war... Ja. Äh... Dafür bräuchte ich aber einen Modulator und den habe ich nicht. Hm... Was ich jetzt natürlich gucken kann... Warte mal... Moll... Was haben die? Auch noch einer? Geus 1. Ja, dann sollte ich die wahrscheinlich erforschen. Ich meine, wenn die... Die hier... Ja, klar. Klar. Die haben beide... Einen Energieverbrauch von 1. Da ist es doch besser. Ach je. Ich kann hier einiges sein Lampen erforschen, Leute. Ich kann hier einiges an Lampen erforschen. Ich kann hier einiges an Lampen erforschen. Was wir hier auf jeden Fall erst mal machen, ist hier nochmal... Selbstverständlich. Wie geplant. Ja, das Titanium können wir natürlich auch erstmal... Bauen. 15 Stück waren das. Das Eisen... 56. Ja. Ich weiß gar nicht, was ist... Ach so. Der Glowstick hat praktisch... nochmal größeren Radius. Wohl größere Helligkeit. Also... Okay. Was? Was? Wie viel? Ah, da muss ich mal gucken. Hm. Sagen wir mal 65. Naja. Dafür reicht's gar nicht, weil ich davon nicht mehr hab. Ist in Ordnung. Nein. Komm. Das ist ja nicht euer Ernst hier. Den Stein brauche ich ja wohl wirklich nicht in solchen Mengen. Da kann ich einfach mal ein bisschen Zinnerz mir auch rausholen. Und daraus dann Zinnbarren machen. Und dann bin ich nämlich selber schon mal leer von Stein... Ehehehehehehehehehe. Unidentified Data Module habe ich unterwegs gefunden. und ach so eine Spritze mit mit Jump kann ich besser springen oder was ok nein 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 oh Gott das ähm habt ihr jetzt nicht gesehen das ist nicht passiert das war einfach nur so ähm das Regal ist einfach mal kurz auseinandergefallen das passiert halt mal das war nicht meine Schuld ist nicht so dass ich irgendwo draufgeklickt hätte oder so das Regal ist einfach nur auseinandergekracht ich habe die Schwerkraft aus auf diesem Planeten falsch eingeschätzt auf meinem Heimatplaneten würde diese Dingens diese Konstruktion perfekt funktionieren auf diesem Planeten dagegen ist diese Konstruktion ein Problem aber das muss man ja erstmal feststellen ne das so ist das natürlich mit allem so ist das natürlich mit allem ich weiß nicht ich würde sagen wir schlafen mal und dann würde ich sagen danke fürs zuschauen und beim nächsten mal würde ich behaupten gehen wir mal nach rechts und schauen mal ob wir es da schaffen mal voranzukommen das wäre interessant zu sehen das wäre wirklich sehr interessant zu sehen ob wir da mal ein bisschen vorankommen letztes Mal war da rechts ja absolut unmöglich weiterzukommen weil die Gegner viel zu stark waren aber jetzt wer weiß vielleicht schaffen was das werden wir nächstes Mal sehen bis dann Leute ciao ho 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 Untertitelung des ZDF, 2020